So, da draus raus, er steht da, nimmt die Arme hoch, da draus raus kann ich etwas machen. Hallo, ich bin Grossmeister Martin Sever mit einer Lösung aus dem traditionellen Südchaolin-Kung-Fu aus dem Hungar. So, er kommt, er steht da, ich mache da auf. So, da ist die Türe und da ist die Türe. Ich mache das auf. Jetzt haben wir offen, da ist alles frei. So, ich kann da rein, selbstverständlich kann ich nachher draus raus ganz viele Sachen machen, aber den Moment mache ich auf. Dann kann ich da weiter arbeiten. Willst du noch mehr solch Möglichkeiten der Türe öffnen? Weisst du wohl. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Hier oben ist der Link fürs E-Kung-Fu. Hier unten ist der Button zum Abonnieren und natürlich die Glocke nicht vergessen. !